Ich bin Apollyon, Kriegsfürstin der Schwarzenfelslegion. In diesem Jahr entsandte ich einen meiner Hauptmänner, Holden Cross, um einen Verräter zu bestrafen. Dort stand uns ein Wächter im Weg. Es gibt viele Wächter, doch dieser würde sich als einzigartig herausstellen. Untertitelung des ZDF, 2020 An diesem Tag erfuhr ich, dass ich dem falschen Herrn diente. Erwie D'Obeny. Verteil dich die Mauern! Der Tag, an dem ich die Schwarzenfelslegion traf. Und Holden Cross. Kommt raus! D'Obeny! So weit musst du es gar nicht kommen! Haltet sie von der Mauer fern! Mein Herr! Brecht es ein! Aber ich bin ein Wächter. Ich hatte eine Pflicht zu erfüllen. Ich muss mich beeilen. Die Schwarzenfelsgruppen erklommen die Ostmauern. Hinterkopf! D'Obeny! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.